Leute, es geht weiter in Deadpool. Wir müssen jetzt zu Sinister. Irgendein Scheiß. Das wird bestimmt nicht gut sein. Ah, nein. What the heck? Wie lange auf die Turmspitze und verpasst hin, ist da eine andere. Ich muss da jetzt irgendwie hochkommen. Hier. Oh Gott. Was geht hier ab? Oh, da könnte ich hochkommen. Ja, perfekt. Noch ein bisschen nah dran. Jetzt. Was? 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 Warum sind da Kühe? Nein. Ach nee. Ach komm, Einsprung jetzt war... Die Kuh, Alter. Warum Kühe? Also wieso? Es gibt... Warum eine Kuh? Okay. Alter. Ja. Jetzt ist langsam echt... Jumpt mal. Wir können uns mit dem Lüge einmal hoch telefonieren. Ich darf halt auch nicht so weit springen. Das ist halt das... F***n Ding. All right. All right, Sinister. Time to pay the pay and what the hell happened to you? Uh. That looks very uncomfortable. You. Ja. Deadpool. You repulsive putrid mutate. Destroying this tower will do nothing to stop my plans to instill genetic perfection upon this world. Nothing you do will stop my master plans. Hey, wait, wait. Hey, are you stuck in there? No. That would be ridiculous. Der ist tot her. So then you wouldn't mind if I played with this? Ngh. Wait, what are you doing? No, don't touch that. I don't know about you, but... That would be ridiculous. Oh, my God. Wow. äh, ja, das sieht nicht gut aus ey, ich hab damit nichts zu tun äh ja, das sieht nicht gut aus und alle anderen in dieser Welt ohne dass du ihn verletzt hast Scheiße wurde einfach real ja also, sind wir zurück in der Krain-Style in diesem Fall? äh, nein, ich kann nicht bleiben ich kämpfe meine eigenen Battles in der Zukunft all of which hinge on what you do, hier und jetzt anyway the real Mr. Sinister is holed up on Magneto's old citadel on the far side of the island easily a day's walk, so we better fuck walking get ready for plan awesome if you insist on me building this thing, then I'll need two parts my readings show the first one is that way no, just jimichangos, amigo bin ein Teil für Cable, okay war dann leider doch nicht, ja aber wäre auch zu einfach gewesen ich meine Alter ja, ist ja auch schließlich der Endboss, glaube ich was findest du also wäre es echt lägen gewesen, wenn das jetzt alles gewesen wäre bis wo oh, hallo seid ihr seid ihr interessiert an den Sexroboter? ich meine, wir können ja immer teilen, ne gar kein Problem hallo bist du dein Ernst? Alter regen mich diese Geräusche auf jetzt also endlich ich ach ne 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 ich sehe es da oben Wer ist es das? So, kommen wir auf jeden Fall hoch. Wie bitte? Achso, okay. Wir können einfach einen Waldjump machen und da wahrscheinlich auch wieder. Also, Waldjump all the way. Das ist die Energiezeile, ja. Okay, haltet sich. Okay. Ey, ich weiß schon, wo der Ort ist. Ich gucke jetzt einfach mal rum. Ich glaube, hier ist ein Tag aus. Okay. Okay. So, kommen wir auf jeden Fall rein. Ey, was? Woher kommen die denn? Ich bin aber schnell gestorben. Was? Oh, hi. Ich wollte sowieso gerade hoch. Ach, hier, da ist die Energiezeile. Oh, mein Gott. Was geht denn da ab? Das sind ja ganz schön viele gewesen. Da sind immer noch viele. Da sind immer noch verdammt viele. Ich hab's kapiert. Okay. 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 Gut, ich bin schon schon der letzte. Äh, da sind immer ne. Den ja auch mit 4 und 3. Okay. 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 War ich gerade in der Luft? Wahrscheinlich ist es da irgendwo. Ah. Oh, let's pull some strings. Okay. 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 Äh. Komm ich da dort hoch? Nein. Wait, what? What the hell? Ja, dort, da muss ich aber hoch. Warte mal. Wenn ich das gleich anders platzieren. So. Komm mir vielleicht hoch. Ach, lol. Ich will da hin. Ja, ja. Ich versuch's ja gerade. Äh. Ah, ja, lol. Lol, lol. Da geht's doch nicht lang. Ich kann aber nirgends, ich kann aber da nirgends hoch. Hä? Okay, ich check hier gerade nicht weiter. Eigentlich ist es immer so easy in dem Game, aber jetzt gerade irgendwie nicht. Ah! Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, deswegen können wir hier auch hochlaufen. Ja, gut. Ist eigentlich nicht so schwer. Ah. Ja, um diesen komischen Ding da, um das komische Ding da zu reparieren. Was find ich denn jetzt wegen hier. Ja, boah. Oh, ich habe Gegner. Aber ich sehe keine Gegner. Aha. Ja. Ja. Oh mein Gott Sorry Not again in a shotgun Why don't you use it? Maybe you can take it away There he is da ist anscheinend neuerdings Norden jetzt kann man da auch rein was wer ja ohne witz wer ist billy hat er gerade den Gegner namen gegeben ich lauf hier mal weiter ich weiß wo das hintere Teil ist ja 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 Oh Let's do Oh There we go. Ah, da geht's. Ah, schon wieder so ein komisches... Äh... Warte, ja. Fällt gleich der Name ein. Energiezelle. R? Meinst du nicht nur du? Ich mag das Ding ganz bestimmt nicht. Okay, da geht's nicht hoch. Ja, okay, hier kann ich hoch. Äh, also, ja, jetzt. Ist das nur ein Tag, oder was? Ja, der schlank hat was. Das ist der L1. Irgendwo. Will ich denn nicht theoretisch rüberspringen? Ne, okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Da kann ich doch gerade irgendwas machen. Ich hab mir das nur eingeblendet. Weil wir hier... Ähm... Bin ich mit eingeblendet, oder? Was hab ich gerade gesagt? Äh, eingebildet meine ich. Ich hoffe, ich hab eingebildet gesagt. Ah, da muss ich lang. Ey, ah. Oh mein Gott. Als ob er einfach jedem Schuss ausweicht. Äh, jedem Schlag. Ist das dein Ernst? Er weicht aus und weicht meinem Schlag... Äh... ...dem aus. Stimmt nicht mit dir. Ja. Ich nehm die auch alle mit. Ah. Ich wieder Hände. Boah, okay. Muss wer? Ich dachte, vielleicht hätten wir da was versteckt. Äh. Hallo? Sonst kann ich ja nix machen, oder? Da kann ich nochmal alles vertätigen. Ja. Ich muss es öfter vertätigen. Ich weiß. Ich weiß, ich kann nicht glauben, dass du bei mir warst. Warum? Was ist das? nope 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 keine sorge ich bekam sie schon ich wollte einfach noch nicht sterben oh hi ist okay ist okay und runter ich will den tako aber wisst ihr was ich will meine munition nicht verschwenden ich bin aber weg ich habe die meisten von euch jungen gekillt also tschüss sein ernsthaft nein verfolgen mich immer noch ich bin ich bin die 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 Ich will mit denen nicht kämpfen. Ja, du musst den Weg nach oben füllen, aber die Idioten halten mich davon ab. Oh, da. Ich hoffe, er hat den Maus gerichtet. Da bin ich den endlich mal los. So. Ja. Ja. Aber da geht leider nichts. Ernsthaft? Lol, da. Ja. Ernsthaft? Ja, jetzt wirklich? Oh Gott. Okay. Oh Gott, ne Granate. Wo bin ich? Vielleicht auch runter. Oh, hi. Ups. Ja, ja, hint, hint. Ich wollte auch hier gar nicht grad weiter. Ich wollte hier grad umbringen. Aber trotzdem danke für den Tipp, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so schlecht weitergekommen. Hi. Hi. Hallo, flieg doch nicht in der Luft. Ah, da kommt doch nicht runter. Ja. Okay, und damit können wir uns wahrscheinlich jetzt bewegen. mal zum schießen. Oh, geil. Oh mein Gott. Lieblingsszene confirmed. Lieblingsszene confirmed. Lieblingsszene confirmed. Ja, wir haben uns zwar nicht mit Roboterarm rumgeschossen, aber... Okay, das ist da oben. Ich bin doch gar nicht. Oh. Den Plan will ich jetzt aber mal sehen. Oh, ne. Ne, aber ich glaube ich jetzt vorbei, ich will den Plan sehen. Danke, Jungs. Oh, ich war die Welt scheiße. Ich mein das grad ernst. Oh, ne, nicht Ninja. Jungs. 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 Was zur Hölle ist passiert? Die haben mich einfach reingehängt auf einmal. Okay, weißt du, wer ist, dann töte ich euch jetzt. Na komm schon. Ich nehm dich jetzt mit in den Raum. Was ist das denn? Was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt? Hiya. Oh, wie geht's hier? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Jetzt kommt nicht gleich so ein Ninja reingesprungen. So ein Ninja ist ja. Ah, da. Ah. What the fuck. What the fuck. Heyo, ich hab's. Pete, ich hab's. Oh. Oh. Ich hab's! Boah! Wir sehen uns beim Abschmack. Oh Gott! Neue Ziel sei großartig. Wenn er von der Zukunft ist, warum muss er zurück in Zeit gehen und sich sagen, dass es nicht so ein Buhl ist? Ein guter Junge. Sie sollte wissen, dass es funktioniert, bevor wir das gemacht haben. War das richtig? Nein, das kommt mit Kanzeln. Okay. Okay. Ah! Ich weiß nicht, das Ganze. Ich meine nur ein Ende Schuss, wie es da steht. Und jetzt geht er in den nächsten Ort. Das ist geil, aber... Das sind aber gerade sehr viele Knöpfe. Das funktioniert ein bisschen besser. Das funktioniert ein bisschen besser. Das funktioniert ein bisschen besser. Ich komme einfach gerade schaden von allen Seiten. Äh... Äh... Oh Gott. Ah, Cable hat den einem Recht. Das ist ein scheiß Plan. Boah, okay. Nein, Tor, Tor bitte. Loll, die Tor schnell tot. Nein, das ist schade. Oh mein Gott. Oh, ich hatte einen. Ich hatte einen. Oh mein Gott. Das ist verrückt, ich drücke X Ah so Ihr Rove! Ihr könnt fliehen! 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 Sinister ist hier! Ich kann ihn nullifizieren meine Power! Ich kann nicht mehr aufhören! Hang auf! Ich gehe zu Edelweil! Geil mich jetzt! Oh, Devil! Ich bin Sleppin! Hold tight, Rove! Ich mache diese Bastards so schnell wie ich kann! Oh, oh! Amazing wall dudes again! Those guys are tricky! Gotcha! Wait till Sinister gets his hands up! Uh oh! Isn't that blockbuster? Shit! That's not good! This is gonna hurt! What? I gotta get my head out straight! Uh! Nice ass! Wait! That's our ass! We'll need to find our arm to twist the head back on! Dormit! Even the controls are back! Oh, god! Pretty confusing! Come on! Later figure it out! Is that Mr. Sugams? What's he doing down here? Hey! Ernsthaft? Well, the mud has good taste! Stop it! Stop it! Stop it! But on the next part of Deadpool! Yeah! Wait! So! And bye! Bye!